halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu an revel so erst mal wieder gucken wie das hier funktioniert denn ich habe jetzt eine ganze zeit lang was anderes gespielt muss erst mal gucken dass ich das wieder so hinkriege wie ich das gerne hätte so wenn man kann ich das irgendwie hoch kriegen ich glaube schon das funktioniert nicht wenn ich das nach dava erst bringt ja trotzdem nichts mehr so wir haben jetzt etwas runter geholt was könnte ich jetzt damit machen ich könnte jetzt hier was festbinden aha vielleicht jetzt hier festbinden nö das hat nicht funktioniert vielleicht hier los machen oh das war's im weg okay nein 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 da komm ich denn da komme ich nicht hoch hier letzten schon festgesteckt warte mal warte mal nee das geht nicht das funktioniert auch nicht vielleicht tiefer lassen ich bin etwas überfragt was ich machen könnte ich weiß dass ich hier hoch muss ich weiß nicht warte mal 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 vielleicht muss ich ja die mich die ähm eine Lampe einfach nur aus dem weg hängen einfach nur aus dem weg hängen dass ich jetzt hier so Nein. Ah, das funktioniert so nicht. Ich glaube nicht, dass da mein... Hm, ich verstehe den Sinn nicht. Da, das bringt ja alles nichts. Oh Gott, ich habe es, glaube ich. Toll. Na, 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 na. Kann ich das jetzt hier so weg machen oder... Nee. So geht's aber. Ich bin draußen. Ui. Neues Garn. Schöne Sache. Hm, 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 hm. Na, noch einmal. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ja, ich weiß, ich bin tot. Muss ich auf jeden Fall nochmal von neu versuchen. Mal bergsteigen hier. Zack. So, nach oben. Schwenken. Hm. So hoch. Wunderbar. Na, warte, ich muss erst das Garn haben. Ja. Jo, tot. Ich hätte mich auch hochdrangeln können, ich weiß. grad nicht, was dasfficiency ist. Ach, nicht. So hoch. Und da. So hoch. Oh, Gott. So hoch. So hoch. Okay, ich muss wohl da hochkommen. Jetzt bin ich erst mal gestorben. Muss ich die Farbe von Neuem holen? Ich bin wieder tot. Runter, runter, runter. Schieben, schieben, schieben. Nein. Scheiße. Steht da noch einer? Nein. Nein. Ah, jetzt versuche ich mal, ob ich hier so eine Rücke erstellen kann. Was ich allerdings nicht glaube. Nö. Weil das mit der Farbe schon Sinn hatte. Ach, Mann. Ich hänge die ganze Zeit an solchen Sachen fest. Oh, 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 oh. Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Hä? Was soll ich denn jetzt tun, bitte? Komme jetzt hier vielleicht hier so eine... Linie errichten? Nö. Oh, Leute, echt jetzt? Könnte ich jetzt auch einfach da rausgehen? Nö. Rausgehen kann ich nicht einfach. Aber so funktioniert es. Und so. So, ich bin wieder draußen. Na, wie weit geht es noch runter? Oh, bitte, ich muss es schaffen. Gott sei Dank, ey. Was ist das denn jetzt? Nochmal aufmachen. Oh, oh, oh. Okay. Das ist ja ulkig. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist, oder? Oh, nein. Wie soll ich das denn machen? Ich bin doch schnell gerannt. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich brauche den Eimer. Okay. Okay, und jetzt? Jetzt habe ich den Eimer, genau. Was? Wieso das denn jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, so geht es auch. Ah! Da kann ich mich dann immer drin verstecken. Da kommt noch einer. Jetzt habe ich ihn genauso, wie ich ihn haben sollte. Sind aber auch lästig, diese Krähen. So, jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. Ich würde es nur wegen dem Ding nicht riskieren. Aber jetzt kann ich es riskieren. Jetzt ist das ja so eine Art kleine Speicherung. Nö. Keine Ahnung. Ich finde, das ist ja auch so nicht wichtig, ne? Na? Das muss auf jeden Fall raus. So. Einmal einen Knoten machen. Zweimal einen Knoten machen. So. Du bleibst jetzt mal hier. Oh, holla. Ein Hund. Das brauchen wir auch nicht mehr. Wir können ja ein bisschen Garn sparen. Und erneut hochziehen ein. Ah ja, sonst wären wir da nämlich nicht hochgekommen. Sieh mal einer an. Oh! Das glaube ich jetzt nicht, ne? Ah ne. Wir haben uns wieder berappelt. Eine Erinnerung. Mit Hundi. Oh. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Oh, wir müssen dem helfen. Eine Elster, oder? Huchala. Bitte schön. Bist du jetzt mein Freund? Ja. Ja. Ach, wir sind Freunde. Du bist ja lieb. Oh. Oh. Wie cool ist das denn? Dankeschön, mein Freund. Und wir sind auch angekommen. Dankeschön. Ah. Ja. Oh. Ich glaube, wir haben nur noch zwei vor uns. Jetzt ärgert es uns aber, das Licht. Ach, das ist der Brief. Ach, ich musste gerade mal was an meinem Controller richten. So, dann hätten wir jetzt nur noch zwei Sachen, denke ich mal. Wir müssen natürlich weiterhin ins andere Zimmer. Poing. Oh ne, da ist auch noch eins. Ach so, das letzte Blatt, ja, ja, der letzte Blatt. Ach, hier ist jetzt auch der Brief. Dann haben wir Wintersonne. Hui, Schnee, yay. Ach, irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Okay, das geht's. Ui, 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 das ist aber rutschig. Okay. Aha. Ja, ja, jetzt wird das ja größer und größer, genau. Ui, der war schnell. Habe ich doch beinahe hier das Band, das Garn vergessen. Ach, das ist ja geil mit dem Schnee. Hört mal. Man hört richtig, wie der Schnee knatscht. Boah, ich liebe das, ne? Ein absolutes Schneekind, ey. Huch. Und hier ist... Oh. Das brauchen wir wieder größer. Mega geil gemacht. Ich hab noch nie Schnee in einem Game so gehört. Noch nie. Jetzt kann ich wieder rausgehen und wie soll ich da jetzt hoch? Ach so. Ah, ja, ja, ich muss das hier wieder festmachen, genau. Okay. Auch wieder hier festmachen? Genau, hier festmachen habe ich. So. Runter, hoch. Nein. Oh. 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 Ist das beabsichtigt? Hallo? Ui. Oh. 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 Ah, doch. Oh, die tragen wir jetzt. So, hoch. Okay, das hat nicht funktioniert. Nein, 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 nein. Ah, Mensch. Oh. Das hat mir überhaupt nicht... Ach, warte. Jetzt. Oh ja, hier noch. Oh ja. Genau. Oh, nun hinterher. Und schieben und durch. Huch, das wäre beinahe schiebgegangen. Nee, da ist nichts. Nichts für uns. Oh, oh, oh. Oh, hier ist... Was ist denn da unten? Da komme ich gar nicht hin. Ja, ja, ich brauche... Aber wie kriege ich den? Kriege ich nicht. Da komme ich auch nicht runter, das habe ich gerade probiert. Oh, yuppie, hey, hey. Sheep, sheep, sheep. Ja, wala. Ui. Oh, 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 oh. Oh. Aber Gott sei Dank eine weiche Landung. Ich finde, hier geht unser Garn ziemlich schnell, ja. Wow, das war beabsichtigt, okay. Okay, 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 wie muss ich das tun? Okay, da muss ich näher dran. Das wäre geschafft. Oh, es geht weiter. Beinahe. Hui. Also wenn das so in einem durchgeht, dann geht das, ist es für mich definitiv besser. Ich glaube, ein Hund hat schon wieder gebrummt, glaube ich. Ich kann es momentan nicht mehr unterscheiden, ob er das ist, oder? Ja, da kommen wir aber nicht durch. Müssen wir mal was anderes überlegen. Dann gibt es doch bestimmt wieder einen Tannenzapfen, den man sich klauen könnte. Einen Tannenzapfen nicht? Hallo? Hallo? Ja, geh weg da. Okay, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Von Haaren. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020